Oh, harte Nummer! Ähm, ja? Ach, was für eine Brauchwattung! Ach, Mann! Hallo, hallo! Oh, ich will jetzt hier mal gewinnen! Scheiße! Dankeschön! Ja, mach mal Kamera! Du kriegst halt schon nie! Oh, shoot! Das war's! Okay, du hast die nächste Runde erreicht. Find ich gut. In Runde 2 kommt etwas mehr Abwechslung ins Spiel. Skate nach oben oder nach unten. Wir haben ne Hover, ne Ledge und ne Step-Off im Angebot. Sogar die Winky Wink ist machbar. Das ist der Winky Wink. Waren wir eben auch nur 3 Leute oder ist der letzte ausgeschieden? Oh, Garant! Ach! Hanna, ey! Du kannst gar nichts! Null! Kickflip! Du bist mir einer hier, ey! Okay! Jetzt wollen wir aber was sehen! Ich sehe dir eigentlich gar nicht zu, aber... Ach, das war abgefacht! Das war aber auch nur Glück. Ah! Entschuldigung, ich muss mich grad an meine Wange kratzen. Bäm, sind voll umgenockt. Und, was hast du dir alles gebraucht? NICHT schön! Nee, war auch nicht schön. Oh nein! Ja, gib's auf! Hey, mach ein Lickerchen! Es ist nie zu spät! Also los! Hey, ich bin drauf gelandet, ja! Super! Super! Supi dupi oder so! Haha! Du bist raus! Weiter! Nächste Runde erreicht's! So, was ist denn jetzt? Ich hoffe mal nicht in der Bowl! Okay! In Runde 3 erwartet dich ein cooler Megamix! Hier sind Airs angesagt! Aber keine Sorge! Du kannst natürlich auch die Haber auf der linken Seite... Bist du bereit? Gleich geht's los! Jetzt! Alles klar! Aber hallo! Nicht schlecht! Boah! Ich hab keine Ahnung, wie wir das bewerten sollen! Oh, garland! Was? Haha! Dafür krieg ich noch 50 Punkte! Ich glaub, die hackt jetzt! Ich mein, ich will auch 430 Punkte haben! Oder mehr! Hey, Colin! Du wirst! Die Nummer war echt abgewandt! Ähm... Ja! Ich möchte ihn fallen! Danke schön! Ja! Mann! Ich will das jetzt schaffen! Und damit ist der Spieler 1 an der Spenden! Bam! Ich will noch mal so einen machen! Komm, leg dich hin! Ich will noch mal so einen machen! Und das war's! Wunderschön! Doch noch Erste geworden! Finde ich gut! Alle haben was ich sagen soll außer Hey! Meinen Glückwunsch! Ha! Gut! Genauso habe ich mir das vorgestellt! Nicht 2 geschaltet! Und wir haben wieder ein T-Shirt bekommen! Ja! Und hier drin ist anscheinend nichts mehr! Na ja, man könnte es ja mal probieren! Gut! Bäm! Ähm... Ja! Dann würde ich sagen, ich mach dann für heute mal hier Schluss! Ähm... Ja! Ich hoffe euch hat das gefallen! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ciaoiii! Ciaoiii!